Entlang dem Fluss Alm und durch den Wald Heid. In Mühldorf beim Bauernhof vorbei und durch den Wald Heid. Vor dem Bauernhof beim Schranken vorbei und in den Sendel. Appel durch den steilen Hauergraben. Appel. 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 Appell. Appel. Das war's für heute. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Fahrraddepot an der Kreuzung mit dem Wandersteig. Steig auf die hohe Scharte zwischen Katzenstein und Traunstein. Vielen Dank. Blick zurück. Schlüsselstelle. Steig auf den Katzenstein. Aussichtsplatz. Schusserl-Traunstein-Blick. Schusserl-Traunstein. Schusserl-Traunstein. Das Katzensteinfenster. Das Katzensteinfenster. Die Gamsluten. Die Gamsluten. Schusserl-Traunstein. 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 Und den weit unterhalb liegenden Laudachsee. Schusserl-Traunstein. Schusserl-Traun. 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 Schusserl-Projekt. Schusserl-Traun. Pfarrkirche Sankt Konrad Pfarrkirche Sankt Konrad